Warst du noch kurz? Zu spät! Was? Wie du und herz vermischt von Distanz Boss? Aber klar. Das war letztes Mal auch schon so. Nein, jetzt ist das Auge weg! Ja, ich weiß. Wollen wir zurück auf! Hast du auch schon eins gefunden, oder was? Nö, in der letzten Season. Ich will jetzt eine Holzwand bauen. Warum hast du eigentlich die Tier-Truhe nicht mitgenommen? Aber ich konnte sie nicht abbauen. Oh, richtig schlecht. Es wird 260 Holz haben. Was habe ich denn hier so schönes? Oh! Wer ist mir heute besonders auf die Nerven gegangen? Oh! Oh! Fick dich. Ich werde es auch tun. Okay. Bei deinem Kissen. Wie hast du gesagt? Bei deinem Kissen. Mein Stern! Nobby, fick dich! Nur weil der Pfeiler spielt noch! Hihihi! Oh, wie viele Augen sind für uns? Noll! Au, 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 au! Au, 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 au! Au, au, au! Au, 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 au! Steh auf Schnuppel! Ja, mein Mann! Warte! Ich helfe dir! Rauch die! Ach! Ha, 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 ha! Boah! Boah, bist du blöd! Alter, machen wir jetzt immer die Tür zu, Mann! Warum? Genau, wo bin ich? Ich schaue dich dann rein. Michi, in welche Richtung wollen wir gehen? Keine Ahnung. Links, rechts! Ja, wir müssen die Tür aufmachen. Also, wie viele Augen gibt's jetzt mittlerweile neue, ey? Ein bisschen. Hast du gesagt, Michi? Wie, wie hast du die Rüstung gemacht? Aus Holz. Hast du noch Holz? Nein. Doch, hast du, gib her. Du hast einen riesigen Bock! Mach mir auch mal eine, Michi. Oder gib mir Holz. Chris hat aber auch was. Gib her! Ja. Alter, weißt du, wie viel das kostet? Ja, Holz. Ja. Und zwar... Ich kann keine mehr bauen. Oder ich stehe nicht lang genug drin, warte. Du hast doch selbst noch voll viel Holz. Welch? Ja, hab ich auch. Nein! 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 Oh, wo denn? Ich bin in der Kiste in der ersten. Was? 25, 30, 20. Hier in der ersten, mal nicht gleich in der Hintergrund. Ja, da muss ich weggehen. Achso. Ich hab doch gar nicht gesehen. Ich weiß nicht ob alles bauen kannst, aber zwei Stück auf jeden Fall. Wieso hab ich nur 20 Frames. Ja, ich weiß. Ich hab mich jetzt hart getroffen. Ja. Oh, diese Zombies, Alter. So, kann los. Kann nur los. Die sieht aus, Diet. Dieser braune Typ mit weißen Gesicht und rote Augen. Huuui. Bei Lack erstmal losziehen. Guck mal, das ist der Typ mit Wasserkäste. Ich mach ihn erstmal vom Acker, ne? Ja, ich bleib hinter der Kiste anstehen. Er macht das schon. Sehr gut. Ich frag mich, ob er denn jetzt gerade einen, der sie macht. Ja, ich auch. Jocken. Ich hoffe, ich mach da keinen Scheiß. Er wird Schalten machen. Ah, ich hab ich schon sechs Sterne gefunden auf dem Weg. Den nicht. Oh, lol. Nicht runter. Den nichts. Ich hab hier schon zwei Sterne gesehen auf dem Weg. Ja, genau, wie weit denn noch runter? Alles gleichwertig verrückt. Was machst du denn jetzt? Ja, irgendwie unter was? Ich bin doch auch reingefallen. Nicht du. Ich komm nicht mehr raus. Ach komm, lass mich rechnen Alter, wie viele Sterne ich jetzt schon auf dem Weg gefunden hab Dankeschön Gar nicht wird weg Ja Komm, ich lauf festig hinterher Schnapp hier wieder Der Stuppen Michael Oh Mann Was willst du denn mit dem überhaupt? Chris Ja Was machst du mit den Dingern überhaupt? Man darf Sterne bauen und die einsetzen Essen oder was? Einsetzen Für mein Mana Dass ich dieses Stab da abfeuern kann, weil ohne Mana geht es nicht Achso Ja Beruhigt sich, dass ich schon ein paar Sterne gefunden hab So 5, 6, 7 Stück Lachen Was war denn? Lachen Was war denn? Was war denn? Fuck you Fuck you Fuck you Was war denn? Michi, ich hab meinen Todespunkt Jetzt kommen die Viecher rein Ey mein Michael Was ist das Loch Ich hoffe, Michael ist ein Loch Nein, nicht sterben Nein, nicht sterben Nein, nicht sterben Ich bin nicht sterben Nein Alter Michael Ja, du wirst mich bei der Aachen Ich bin noch gar nicht Nein Das war nicht Ich bin recht Ich bin recht Ich bin ganzes Kinder Schon wieder Schon wieder Schon wieder Meine Pisten auch Gib mir mal meinen Amboss Nee, ist gut Nur meine Ah nee Was hab ich? So, da Jetzt fick dich So, war nicht mein Bett Fuck you Mach mein Loh Wenn es nicht dein Bett war Wenn es nicht dein Bett war, warum stand es dann bei dir? Oder bei Tobi Oh Hast du Tobi's Bett geklaut? Nein Ich hab's falsch hingestellt, sorry Der hat bei mir wieder einen hingestellt Nee, warte mal Ich hab's bei mir unten hingebaut Du Arschloch Wir waren uns aufgeschaut Und warum klaust du dann Tobis Bett? Alter, fickt euch einfach Da ist er sich ausgesammelt Du hast so Glück, dass ich keine Bomben mehr hab Ja Ja, ich hab noch zwei Also will ich aufpassen an deiner Stelle Ja, hab ich gefresse Mich sei jetzt vor wie das Haus zusammen Fuck you Ich baue meins Ah, ich helfe dir Ah Ah Hast du dein Bett wieder? Ich bin an einem gewissen Tempel, wo ich wahrscheinlich gleich verrecken werde Schön, ich baue mein Haus wieder Ich bin Michael und spreng das ganze Haus Ja, genau Du hast angefangen, Junge Ja genau, jetzt schiebt das wieder auf mich Alter, ohne Scheiß Was? Ich spreng ganz sicher nicht mein Haus selber Ja, wir werden sonst gesprengt haben Ja, wir werden sonst gesprengt haben Warum sollen sie ein Haus sprengen? Ja, wer sonst? Ja, genau Ich wohne jetzt schließlich auch hier drinnen Dann soll ich mein eigenes Haus sprengen Ich bin am Ende der Map, Michi Stimmt Gerechtig mir nach links Ich habe einen Poseidon Stab gefunden Ne, Dreizack Ich habe einen Dreizack gefunden Ne, den habe ich auch schon gefunden Aber nicht hier Gib mir Wieso hast du mir mein Ding abgeknickt? Was? Nix, nix Schon gut Will einer den Dreizack haben? Du stellst mir jetzt noch, dass ich klauen soll Ja, ich Trubi Komm her Zehn Nahkampfschaden fickst du auf Meins hat elf Ja, ich kann nicht mehr ertrinken Ich habe einen Schnorchel gefunden Moment Gehen Unser Haus ist ein bisschen kaputt, Tobi Tobi hat unser Haus, dass wir sie einlassen Tobi, wieso springst du das Haus in die Luft? Ja, echt mal was Ey Michi, guck mal Was denn? Boah, voll geil Ich will den Bomben hier haben Wofür rum? Ähm, weiß nicht Alter Ich war das nicht Guck mal, ich hätte sie so aufbauen Du, dein Dreck schon auch lebt Ich bin aufbauen Guck mal, ich hätte sie sogar aufbauen Lange ich hätte sie sogar aufbauen Lange ich hab dich schon auf Stunde jetzt, ne? Ja, so circa Kann man da aufhören? Kann man da aufhören? Können wir noch machen, ja mein Haus steht es wieder er will er auch ja du doch auch Chris das ist ja solche Freaks das ist mehr als 18 Stunden gestern gewesen wir haben gestern um 11 Uhr angefangen du hast um 11 Uhr angefangen ich hab um 9 Uhr oder um 10 Uhr angefangen Alter, ohne Spaß können wir dann so jetzt ganz normal aufhören ja, klar wo ist mein Bett eigentlich ja, das hat mich ja auch gezogen ja, das ist doch Chris, Junge noch gar nicht können wir anfangen? äh, aufhören warte kurz mit dem können wir eh nicht schlafen, komischerweise scheiß drauf, das sieht nice aus warum stehst du bei mir? ja, Chris, lass uns gucken ein so konstellend 30 Daher wie grüße scoot das acontecer nicht ach geht dr es não gab es seine hier das feuer bei dir ja du hast mein bett nein ich hab nicht dein bett du grüß ich hab keine bomben mehr wir werden noch gesagt ich hab noch zwei ja komm her ich gucke in deine truhe warte ich leg die da rein moment wo hab ich die das soll ich sehen voll mongos also grüß schuld mein inventar ist voll ich fisch die gerade entworte was ihr könnt das kann ich schon lange und in 13 sacher ausführung so erstmal schön da dynamit gesnackt wieso nicht bei mir macht mal chris juggi ich hab gar nicht gemacht ich hab gar keine mehr glaube ich ja manner kristall warte ich hab die gefunden da ohne scheiß ok da würde ich sagen ist die zweite season beendet was ja ohne scheiß ok chris also toby steigt aus ohne scheiß chris die hab ich gefunden es wäre egal das sind meine wenn du das wort meins nicht kennst such mal nach gibt der wozu was wenn ich google meiiine warte mal eben nitrado guck mal ich baue dir sogar schon holz wende warte jawohl da kann ich auch selber ja ich baue dir gerade deine wohnung gebraucht ich hab dir was geschenkt ja hab ich gesehen knife block den wollte er nicht wegschmeißen jetzt legen alter hat ja probiert irgendwas gefunden ja nicht mal mit der werkbank weil michael alles nie ins gesprengt hat ach halt die fresse du hast das jonge guck mal mir jetzt wieder alles abstreitet ja gibts doch zu ja nee weißt ich wotten wir das war's du guck ihn auch mal probiert was machst du dabei ja mach ich auch da ist nix drin gewesen deswegen sag ich mir der ich brauch platz was machst du da michi nix guck was du alles hast und er klaut mir eiskalt mal meine truhe gold und schlüssel was ist so gold und schlüssel keine ahnung was ich mir in der gold und truhe finde kann man halt so aufhören so ja machen ok guck mal ich baue dir noch warte ich noch kurz deine wandschuhe bauen konsole kicke 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 nix kicke aber ich baue doch grad das haus ich tu grad was für die allgemeinheit kicke 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 tschüss Tschüss, bis zum nächsten Mal